Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge vom Golden Voice Podcast und in dieser Folge soll es mal um die Frage gehen, ist meine Stimme eigentlich geeignet, um als Sprecher zu starten, beziehungsweise habe ich denn das nötige Potenzial dafür, um hier auch wirklich gebucht zu werden und an Aufträge zu kommen. Und gleich zu Beginn sei schon mal gesagt, die Stimme ist gar nicht mal so wichtig als Sprecher. Klingt erstmal widersprüchlich, klingt erstmal ein wenig paradox, Sprecher, Stimme, das war eigentlich genau, naja, das ist doch wie Butter und Brot, ja, wie Honig und Bienen, ja, das gehört zusammen. Aber so ist es nicht. Ja, deine Stimme ist gar nicht mal so wichtig. Viel wichtiger ist die Sprechtechnik und der Spaß am Sprechen. Und das soll jetzt nicht so klingen, so auf die Art, hey, wenn du nur Spaß mitbringst, dann ist alles gut und dann kannst du das schon. So ist es natürlich nicht, aber viele versteifen sich halt einfach darauf, ja, Patrick, du hast ja so eine tolle Stimme. Ist ja klar, dass du an Aufträge kommst, aber das ist nicht die ganze Wahrheit, ja, sondern im Grunde genommen ist es so, nur weil du eine tolle Stimme hast, heißt das doch nicht, dass du toll sprechen kannst. Vielleicht kennst du selber andere Sprecher, die eine geile Stimme haben, die aber einfach nichts verdienen, die einfach nicht erfolgreich sind. Also liegt es schon mal nicht an der Stimme, nicht am Equipment, nicht an der Art und Weise, wie man aufnimmt, sondern schlicht und ergreifend daran, wie man natürlich auch an die Aufträge kommt. Und davor findet aber natürlich die Dienstleistung statt. Und da gehört eben dazu, kannst du sprechen, kannst du gut sprechen oder halt auch nicht. Kleines Beispiel. Bei mir würden viele sagen, hey, tolle Stimme und so weiter, war ja damals auch so, haben alle immer zu mir gesagt, Patrick, geh zum Radio, mach Hörbücher. Aber ich wusste nicht, wie man spricht und ich habe trotzdem meine ersten Aufträge bekommen, weil es hat keine Sau gejuckt, wo ich eine Ausbildung gemacht habe und bliblablub. Hauptsache, du kannst gut sprechen, konnte ich aber nicht zu dem Zeitpunkt. Daher war es dann so, dass ich, ja, habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich habe Science-Fiction-Bücher vorgelesen, als wären, also da war gerade eine schöne Stelle, die sind gerade in den Sonnenuntergang gefahren und ich habe das gesprochen und wollte meine Stimme voll zur Schau stellen. Aber genau das ist dann am Ende das Problem. Du darfst nicht deine Stimme zur Schau stellen. Der Hörer darf gar nicht über deine Stimme nachdenken. Wenn der Hörer nicht merkt, dass du deinen Job machst, hast du alles richtig gemacht, ja, die Stimme ist nebensächlich. Du willst dir doch auch keine Gedanken machen bei einem Schauspieler, wie der aussieht. Du denkst dir doch nicht die ganze Zeit beim Schauspieler, passen da die Augenbrauen, ja, sind die Haare so richtig. Der selber muss sich darüber Gedanken machen. Aber du nicht? Der Kunde oder der Hörer, der Zuschauer, der denkt sich ja nur, hey, der soll sich eigentlich gar nichts denken, der soll die Story verfolgen. Und nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, wie sieht er aus, wie groß sind die Hände, ja. Ja, ist der groß genug, 1,80 ist nicht genug, der sollte 1,90 sein, ist doch vollkommen egal. Das heißt, genauso wie das Aussehen natürlich zu etwas passen muss, muss auch die Stimme später zu was passen. Oder die Erzählweise muss zu was passen. Ja, bedeutet, wenn du jetzt ne piepsige hohe Stimme hast, wirst du wahrscheinlich keine Krimi-Thriller sprechen, wo sich Leute gegenseitig die Arme rausreißen, das wirst du wahrscheinlich nicht tun. Aber ein Kinderbuch, das kannst du doch sprechen. Genauso wie nicht, naja, ich spreche ganz viele Business-Sachen, ja. Und da kannst du einfach gucken, was passt zu dir, woran hast du Spaß, was findest du einfach gut, ja. Und der Kunde hat ja immer noch das letzte Wort. Der Kunde entscheidet ja, gefällt ihm deine Stimme oder nicht. Also, du musst da nicht denken, dass man eine besondere Stimme braucht. Ist nicht so. Ich kenne so viele Leute, die sind voll erfolgreich als Sprecher, die haben keine besondere Stimme. Aber sie haben gelernt, wie man richtig spricht. Sie haben gelernt, dass man nicht sagt, Hallo, hier ist der Anrufbeantworter von Rüdiger Müller. Leider sind wir gerade nicht erreichbar, sondern Hallo und herzlich willkommen bei Rüdiger Müller. Leider sind wir gerade nicht erreichbar, werden uns aber in den nächsten Tagen bei Ihnen melden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Das musst du lernen. Mehr ist es nicht. Dafür brauchst du kein besonderes Talent, dafür brauchst du keine besondere Stimme. Jeder kann so sprechen. Es gibt Leute, die können voll die heftigen Skateboard-Tricks machen, die sind athletisch gebaut. Es gibt aber auch Leute, die sind komplett übergewichtig und können auch voll die heftigen Skateboard-Tricks machen. Also das kann man einfach lernen und üben. Okay? Erfolge bzw. Ergebnisse sind nicht gebunden an einen Menschen, sondern an Bedingungen. Bedeutet für dich, jemand, der toll sprechen kann, kann nicht toll sprechen, weil er ein Talent dafür hat oder keine Ahnung, sondern weil er oder sie die Bedingungen erfüllt hat, um genau das tun zu können. Und genau diese gleichen Bedingungen kannst du ebenso erfüllen. Du musst es einfach nur wollen. Du musst es einfach nur hinhocken und es üben und das war's. Ja, dann kriegst du das auch hin. Bedeutet für dich jetzt, deine Stimme, wenn sie nicht nervig ist, aber das hätten dir schon mehrere Leute wahrscheinlich gesagt, dann ist sie geeignet, weil erstmal ist grundsätzlich jede Stimme geeignet. Es gibt pauschal keine Stimmen, die ungeeignet sind. Es gibt nur ungeeignete Eigenschaften. Zum Beispiel, du kannst vielleicht nicht richtig Deutsch sprechen. Dann solltest du keine Aufnahme auf Deutsch machen, dann machst du es halt in deiner Muttersprache. Aber wenn du nicht richtig vorlesen kannst, dann üb das. Aber wenn du das nicht kannst, solltest du vielleicht nicht direkt Sprecher werden, sondern erstmal das Sprechen oder das Vorlesen an sich üben. Ja, das sind die einzigen Sachen. Mehr musst du nicht mitbringen. Du musst Spaß haben, weil man später auch merkt, hast du Spaß an dieser Aufnahme gerade oder nicht. Man wird raushören, findest du das gerade cool oder halt auch nicht. Und wenn du es nicht cool findest, dann hört man das. Körper führt und Stimme folgt. Also wenn du Bock drauf hast, hört man das auch. Da klingt auch direkt die Stimme ganz anders. Wenn du dir Mühe gibst und du einfach gut schauspielerst, dann wirkt deine Stimme sowieso direkt geil. Weil es geht nicht so sehr um die Stimme, es geht um die Sprechtechnik. Es geht um das Handwerk. Und das kannst du lernen. Auch wenn du noch nie vorher was gemacht hast, dann übst du das halt. Mit jedem Wort, mit jedem Satz, mit jedem Hörbuch wirst du immer besser und besser. Ja, ich mache das jetzt ein paar Jahre. Ich war am Anfang definitiv kein Profi. Ich habe trotzdem Aufträge bekommen. Das kannst du dir anhören bei Audible, bei iTunes, bei Amazon. Ich habe über 100 Hörbücher gemacht. Ich habe Aufträge gesprochen und Hörbücher, mit Hörbüchern gutes Geld verdient. Hör sie dir an. Das sind keine Blockbuster, glaub es mir. Die sind qualitativ, wie auch sprechtechnisch, nicht sehr hochwertig. Also die machen mir keine Ehre. Aber ist doch egal. Es ist Übung. Und du kannst, selbst du kannst am Anfang Hörbücher sprechen, ohne dass du voll der Profi sein musst. Der Autor erwartet das auch gar nicht. Weil sonst würde der 20.000, 30.000 Euro in die Hand nehmen und zu einem Studio gehen und mit irgendeinem heftigen Sprecher sein Hörbuch aufnehmen. Vielleicht will der aber nur 500 Euro oder 1.000 Euro in die Hand nehmen. Oder 2.000 und keine 20.000. Ja. Der ist doch selber vielleicht noch kein super krasser Autor. Du gehst ja auch nicht direkt zu J.K. Rowling und sagst, hey, ich würde jetzt hier gerne deinen Gefangenen von Aska warnen. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich glaube schon, an so viel erinnere ich mich noch. Das wirst du ja nicht direkt neu einsprechen und neu vertonen, sondern du machst am Anfang vielleicht erst mal irgendeine kleinere Aufnahme. Irgendein Hörbuch, ein Liebesromanze an der Nordsee, wo sich zwei verlieben oder drei. Und das war's. Dann sprichst du das ein, dann kriegst du da deine Kohle für, dann bist du happy. Da musst du nicht klingen wie, keine Ahnung, als hättest du fünf Schachteln kippen und drei Flaschen Whisky gesoffen, sondern ganz normal. Vielleicht sucht dir jemand nach einer ganz normalen Stimme. Der Kunde entscheidet, nicht du. Aber du darfst auf jeden Fall anfangen, ein bisschen selbstbewusster zu sein mit deiner Stimme, weil, nimm dich mal selber auf, hör es dir mal an, wirst es nicht mögen, weil du hörst dich selbst anders als die Menschen um dich herum. Das ist wie wenn du ein Bild siehst von dir selber, da siehst du dich gespiegelt. Ja, da siehst du dich gespiegelt, so wie andere Menschen dich sehen würden. Und das mag das Gehirn nicht. Das Gehirn ist es gewohnt, uns anders wahrzunehmen, uns anders zu hören. Also sei wirklich selbstbewusster, rede dir selber von mir aus, naiv ein. Ich habe eine geile Stimme, ich habe eine geile Stimme. Und irgendwann, irgendwann glaubst du auch dran. Oder hol mal das Feedback ein von anderen Leuten in deinem Umfeld und frag dir einfach mal, hey, was sagst du eigentlich zu meiner Stimme? Auch da kann es entweder sein, dass die Leute sagen, hey, voll cool, mach was draus, könnte ich mir voll gut vorstellen. Bei vielen würde es sicherlich auch so sein, dass sie sagen, ah, du, weiß ich nicht. Weil die sich sowas gar nicht vorstellen können. Die Leute können sich ja schon gar nicht vorstellen, dass ein Schauspieler irgendwas Gescheites macht. Wie soll man sich da einen Sprecher vorstellen können? Wenn du Lust hast, herauszufinden, ob deine Stimme geeignet ist oder nicht. Oder um es dir einfach nochmal persönlich sagen zu lassen, dass sie es offensichtlich sein wird. Wenn du Spaß dran hast, ja, dann trag dich ein zum kostenlosen Beratungsgespräch. Und dann erkläre ich dir auch ganz konkret, wie du hier an Aufträge kommst. Auch obwohl dich noch keine Sau kennt. Obwohl du noch keine Bewertungen hast. Und nichts, wenn du komplett neu bist in dieser Branche. Und genau, dann dauert es gar nicht mehr so lang. Gib dem Ganzen 10 Wochen, nicht mal. Zwölf Wochen oder acht Wochen, ist vollkommen egal. Gib dem Ganzen zweieinhalb bis drei Monate und dann machst du schon dein erstes Hörbuch. Ja. So leicht ist es. Ich sage nicht, das Hörbuch ist voll gut bezahlt. Du machst hier direkt so viel Kohle, das hast du nie gesehen. Aber ich sage, hey, das dauert nicht lange. Und dann machst du hier dein erstes Hörbuch. Dann googelt man nach deinem Namen. Und dann bist du auf Audible. Du musst dir vorstellen, ich habe selber über 100 Hörbücher gemacht. Ich habe mit meinen Teilnehmern zusammen über 1000 Hörbücher insgesamt gemacht. Da kriegen wir es ja wohl hin, dass du eins machst, oder? Also in dem Sinne, ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gehe jetzt auf www.goldenvoiceacademy.de und trag dich ein zum Gespräch, zum kostenlosen Beratungsgespräch und lass uns beide miteinander sprechen. Denk dran, ja, deine Stimme ist geeignet, solange du Spaß dran hast, weil dann klingt die Stimme schon ganz anders. Körper führt und Stimme folgt. Die Stimme ist gar nicht so wichtig, sondern die Sprechtechnik. Das Ganze kannst du lernen. Das ist alles eine reine Übungssache. In dem Sinne, ich freue mich darauf, von dir zu hören und wünsche dir viel Spaß beim Anhören weiterer Folgen. Und wer weiß, vielleicht begrüße ich dich ja bald vor meiner schönen Wand und erkläre dir mal, wie du zum Sprecher werden kannst. In dem Sinne, bis dann, dein Patrick.